Oh, ich brauche einen Bunker. Ja, alles gut. Na hier, wir sind gleich. Ja, ist doch gleich hier. Na ja, komm, Vollgas. Geil. Hier hinten nochmal lang. Auf den Weg des Eps. Matze mit dem blauen Sack. Mein Markenzeichen. Er rennt und rennt durch. Da kannst du ja gar nicht hinterher. Ja, ich habe nichts. Weißt du, ich bin nicht overweight. Ich habe schweres Essen dabei. Und Wasser. Wo ist der scheiß Bunker hier? Komm her. Muss doch hier irgendwas sein. Hier ist er. Ach, geil. Wie wollen wir denn zum Dorf hoch und dann außen rum? Ja, das ist eine gute Idee. Wollen wir jetzt rüber zum Dorf. Zum Dorf, okay. Komm ich mal wieder ein bisschen zurück. Wo bist du Stefan? Walli, hier! Hinter mir. Am Bunker. Was, am Bunker? Ja, da, wo wir hack haben. Walli, Kepp, go. Ja, da läuft am Stein. Hat mich getroffen. Ach, du warst das. Oh, Junge. Läufst du jetzt zum Stein wieder hin? Ja. Ah, das sagt er doch. Na, wir wollten noch Richtung Tor. Du hast gesagt, der Skeffi ist am Bunker. Na ja, aber hier, wo wir sind, ist doch der Bunker nicht mehr. Hier sind aber nicht am Bunker, Junge. Wo sind wir, wo ist denn hier ein Bunker? Genau. Ben-Schwarz. Günter. Ich brauche hier. C-CLS? Ben-Schwarz-Dink, ja. Warte, ich hab was. Ja, hab ich ja hier. Aber hier wart doch gerade noch am Bunker unten rein. Ich hab mir geplant und dann wollten wir hoch zum Dorf. Ja, wir waren doch schon im Vollkasten unterwegs. Ja, aber hier hinten ist doch kein Bunker. Ja, wie lange sollen wir, kommen wir aus dem Bunker raus und gehen Richtung Dorf? Wie lange meinst du, dann sind wir noch am Bunker? Ja, aber du bist doch gerade zum Stein Richtung Roten Backsteingebäude gerannt, oder nicht? Nö, ich bin ja zum Stein gerannt. In der Mitte so geradeaus, vom Bunker hoch und direkt rüber zur Doppelbar. Naja, und zwischen den Steinen, wo der Hittensdash ist, zum Roten Backsteingebäude, da hast du doch gerade hier einen lang gerannt. Den hab ich beschossen. Ja, das war, das war Stab, äh, nicht Stab, aber das war Fleischbände. Olli, ich danke dir. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Hutsch gut rein. Bleib gesund und ja, alles Gute dir auch. Danke dir, dass du da warst. Tschüssi, feier schön. Nüsse, da liegen Nüsse rum. Ja. Was, irgendwas mambelt? Wie ein Berserker. Ich hab nichts gehört. Sind wir jetzt alle im Schuppen? Ich dachte, einer ist in die Hütte reingerannt. Ich bin im Schweinehaus drin. Ist einer hier in dem Haus drin? Wir nicht, wir nicht, wir nicht, wir nicht. Alles erschießen. Wart ihr schon mal drin? Nein, wir waren da vorhin schon Schüsse. Das wird schon durchgehört. Komm rein, ich komm rein, ich komm rein. Hier waren die Türen offen. Hat jemand die Tür aufgemacht? Nee, na wie gesagt, hier waren da vorhin schon Schüsse gewesen. Wir werden hier schon durchgewiesen sein. Das hab ich schon, ja, schon gewundert, weil die offen ist. Ja, hier ist alles durchgehodelt. Na ja, gut, dann brauch ich bloß noch Skeps. Dann können wir ja eigentlich... So wie vorhin. Genau. Was heißt wie vorhin? Na, versunkenes Wurf. Den Namen KX. Jetzt KX-Track lang oder hier? Ah, ich presche hier drüber. Ich presche hier drüber. Vorsicht hier, Mörder Skeps. Oh ja. Ja, weißt du, das ist gerade auch in solchen Situationen, wenn die, wie jetzt zum Beispiel, wenn die Leute die Skeps brauchen, weißt du, dann siehst du einen, sagst, ich sehe einen Skep, legst an, willst schießen, da kommt ja einer, schubt dich halt um und rennt ja vor die Knarre. Eigentlich müsstest du ihn abknallen. Dann kannst du nicht schießen und er killt. Aber eigentlich war es dein Kill. Aber ja. Dann müsstest du erbarmungslos dein Mate erschießen. Das ist eigentlich ein Märchen auch machen. Das ist eine gute Idee. Ja. Richtig. Du, paar Skeps, dann lass ich die dir auch. Nee, ich meine, wenn jetzt wirklich mehrere Leute... Wenn du reinrennest. Ja. Gibt da genau Positionen. Guck mal, Kirche. Oh, Skepfe. Oh, keinen 40-Meter-Kill sind ein Penner. Alter. Ich renne weiter vor. Ich renne weiter vor. Ich auch. Ich möchte hier nicht bleiben. Nee. Wenn ja, will er in der TV-Rick? Nee. Ich bin links neben der Kirche an den Häusern. Ja. Was da hinzischt, ja. Ja, mal Häuser abklappern. Hä? Seit wann steht denn da unten ein Haus? Oder? Hä? Hier unten steht es irgendwie eine Art Bootshaus. Wo seid ihr? Na, fast vorn. Ja, ich bin schon meist Granaten. Ich nicht. Ich bin hier keiner. Ey, das war doch noch nie da, das Haus hier, oder? Ach so, diese Boots-Sitie hier. Ja. Ich bin schon im nächsten Haus gleich. Das habe ich noch nie gesehen. Oh, ich skippe, ich skippe, ich skippe beim nächsten Haus. Oh, oh, oh. Beim nächsten großen Haus, wo du rein kannst, dort. Drinnen am Haus oder draußen? Nee, draußen, draußen, draußen. Wenn du jetzt im Eingang rein willst, siehst du ihn. Okay. Ich warte im Haus. Oh, ich habe mich da angeguckt. Böse. Uiuiuiui. Ich sehe ihn nicht. Warte. Ist wieder Ghost Gap, ja. Wo oben der grüne Wagen steht. Neben dem grünen Wagen ist er. Okay, er hat ihn, hat ihn, hat ihn. Okay. Oh, Alter. Danke. Ich komme hier ran, hier auf einmal. Oh, der Sack. Klingt doch schon wieder schwer in der Boxenfolie, hm? Ich habe ja kurz eingekackt. Naja, was willst du, weißt du? Ich bin am Haus dran hier. Er wollte ihn ja auch nicht wegkillen. Das fand ich gut. Ich habe sie schon. Ja. Ja, eins. Ich habe ihn nicht, sonst hätte er es klingen gemacht bei mir. Nee, na, probiert ihn. Braucht ihn eigentlich nicht, aber er schießt. Einen brauche ich noch. Wenn es rumliegt. Ja, das wäre jetzt schöner 40 Meter Kille gewesen. Na, los, weiter. Ja, das stimmt. Container. Ja, aber das ist halt wieder blöd, wegen den 40 Metern. Die hast du hier oben. Aber vielleicht kannst du da rüberschießen, zum Bunger. Alles gut, alles gut. Die kommen noch irgendwann, die 40 Meter Kille. Dann hast du umgelegt. Aber sowas, Junge, da habe ich alles gegeben. Ganze Magazin. Das ist noch einmal. Hier ist es schon oben, ja. Ganz vorne dran. Ich habe Lust. Wer ist hier auf Holz gerannt? Ich, ich, ich. Hier drin ist noch irgendwo einer. Nee, irgendwo hier hinter. Nee, links hinter dem blauen Zahn, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihn habe. Nee, ich bin weg. Ich habe ihn. Ich komme hoch. Der hat 1A Headshot gekriegt. Das war ein 40 Meter Headshot, Alter. Ja, sind wir noch da. Oder noch einer. Der ist ja draußen, oder? Ja, ja. Hier hinterm blauen Zahn. Jetzt könnte ich mir auch mal langsam eine Body Armor anziehen, oder sowas. Achtung, wir kommen rum, hier. Hinter dem Container. Was ist drin hier? Ich bin hier im weißen Container. Hier oben rein. Und da hat er vom Bunker drüben rübergequarkt. Da oben im weißen Container liegt eine Body Armor. Für dich bereitgestellt. Was denn? Was denn? In der Packer. Ach so. Aber besser wie nichts. Ja, fast. Oh. Blut. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen macht auch nichts. Kontrollpunkt drüben hier am Bunker. Ja, ja, ja. Wer braucht noch Skeps? Wer braucht noch einen 40 Meter Kühl? Ja, ich, ich, ich. Mache den mal. Ja, ich hab hier gerade noch. Sieh zu. Das ist eine eigene Chance. Ach so, ihr lobt da vorne schon. Ne, ich bin hinter dir, glaube ich. Ich lieg hinter dir am Gras. Ich lieg hier auf der Straße. Jaja, Stefan. Ich such den gerade. Ich wollte mal ins Bein schießen. Geh, das ist ein Stahlpark nicht. Doch, eigentlich schon. Ja, ich sehe ihn da irgendwo am Baum. Doch, wir lassen ihn schon. Der arme Kerl, wenn auch schon... Ich weiß nicht, ob ich... Ich hab... Musst du gucken, wie viele Abschlüsse du schon hast. Ja... Nee, 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 nee... Der steht recht neben... Neben dem Bodencontainer steht der... Boah, ja, verrück dich! Wunder, Papa! Wunder, Papa! Wunder, Papa! Fuck, Alter! Er macht's ernst! Ja, aber sowas von... Boah! Man sieht ihn wieder nicht, Alter! So zu passen! Der steht rechts neben dem roten Container. Alter, es gibt's noch nicht! Wie lange dauert das denn? Na, du siehst ihn nicht! Ich komm jetzt, jetzt knall ich den ab! Ja, mach mal! Das Spektakel, das bringt doch gar nicht... Wir holen uns hier die Plage auf den Hals! Boah! Der ist richtig sauer! Ja, der ist merkwürdig sauer, Alter! Der ist nicht ganz... Der ballert hier auf mich, ey! Der ganze Kopf rot! Das ist nicht gar nichts! Ne, 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 ne... Und euch! Einer war hier noch! Also, ich bin jetzt... ...auf dem Compound bei denen! Oh, mehr, 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 mehr! Schluft doch einer! Das ist nicht so übel! Hä? Hm! Ja, komm! Komm jetzt ran hier! Warte, da ist noch einer! Drauf! Nicht, dass ich euch abknalle! Du hast die Pilgrin drauf, ne? Ja! Ja! Einen muss ich auf jeden Fall gehittet haben! Das ist Blut! Der hat nämlich hier gehockt! Entweder ist der... Man muss da unten drin sein! Oh! Was hast du denn heute? Ja, ja! Boah! Boah! Ich denke, Matze regelt! Alles zuckt zusammen! Naja! Bei den Skeffis! Da muss ich ja zucken, ja! Ja, Mann! Jetzt habe ich hier drei Mal weggekommen! Was war mit euch, Alter? Schießt wie die Bekloppten und trefft die nicht! Muss man die umbringen! Ich habe die gar nicht richtig gesehen! Wie gesagt! Das ist ja der Blöde! Der hat gehockt! Der eine! Der hat rechts am Zaun gehockt! Braucht jemand noch weiße Weihnachtskorn? Naja, würde ich nehmen! Die liegen ja unten! Wollt ihr lieber Jusikcamp oder... Wollen wir hier rechts außen rum? Nö, da liegen Minen! Ne, ne, ne! Wenn hier an der Schilderlanki ist, ist alles gut! Ich lauf! Zack, Minen! Siehste? Schon hat einer es gefunden! Ne, wir laufen hier Richtung Jusikcamp! Zack! Ja! Oh, jetzt bin ich aber schwer, Junge! Ja! Zwölf Minuten noch! Schaffen wir easy! Schnell zum Hitten-Stash! Mhm! Wir gehen schon mal rüber! Ja! Flai bis hinter mir! Ich bin hinter dir! Ja! Ja, natürlich! oder der Stahlbock hätte fragen müssen, einfach nochmal gehen wir oder ja wir sind Freunde und hätten jetzt einen 40 Meter weit weg gehen lassen. Aber manchmal, manchmal kannst du dich auch fragen, denn du siehst ja auch viele wegen Granaten. Achso? Echt? Ja, wenn die eh nackig irgendwie unterwegs sind, dann haben die auch nichts zu verlieren. So machen die Leute ihre Granatenkills, ich muss ja schwitzen wie ein Schwein. Nee, ich will sowas nicht. Ich will es mir ehrlich verdienen und fertig. Na klar. Mach doch, mach doch. Eine Minute dauert das, oder? Das schaffen wir locker. Easy. Natürlich. Na ja, drum eben dann. Zeit ist nicht das Problem, das schaffen wir schon. Oh, hier ist einer. Bei mir ist einer, an der Skepphütte. Warte, ja. Ah, rennt der gerade die Straße lang? Ja. Meine Fresse. Ab ihn. Alter, die sind... Lebst du noch, oder? Ja, ja, aber es ist wieder so... Was denn? Was hast du dran mit dir? Ich komm mal... Stefan. Lass uns auf Stefan noch warten. Du bist noch da vorne, ne? Warum hat denn Stefan Hitz gekriegt? Ja, weil der auf den... Weil der auf ihn getriggert war. Achso? Ich weiß nicht, warum. Warum? Warschbar. Aber warum denn immer ich? Warum denn immer ich? Dann lauf doch weg. Du musst ihn doch gar nicht erschießen. Dann versteck dich doch. Da stehen die Leute aber auch, wenn du den Skepphütte nicht brauchst, dann ist es sowieso besser, du versteckst dich, bevor du noch gezwungen bist, ihn zu erschießen. Ich brauch sie ja auch, also mindestens ein Beinschuss. Beinschuss würde mir ja schon reichen, auf 40 Metern. Achso, ah, okay, das hast du. Ach, den hast du jetzt aber nicht gekriegt, nee. Nee. Dann mach das nur euch aus. Er war ja gleich angepisst auf mich. Da hast du keine Chance da. Tobi, verpasst mir denn leider noch einen Schuss ins Bein, oder? Joa. Warum das? Ich habe sogar eine Pistole. Vitalität leveln. Achso. Du brauchst dann ja Vitalität 3, damit du mit der Hideout ausbauen kannst. Hallo, guck mal. Ich habe die Mosin hier vor mir auch. Jawoll. Wie sie alle schießen, Junge. Könnt ihr. Gut. Vielen Dank. Kannst du mir auch eine verpassen? Au. Ich bin schwarz geschossen gleich. Wer war das? Ich mach's mal lieber nicht mit dem Mosin. Nee. Nee, lass es lieber, bevor ich der Tod noch im Dreck liege. Ich werde mir alles ehrlich verdienen. Das ist ehrlich. Das ist ehrlich. Das ist ehrlich. Das ist gecheatet. Er hat gecheatet. Nur mit Schwindlern und Betrügern unterwegs. Achso, dann waren ja die drei im Bunga allein schon. Oh, gab 3000 xp? Sag ich. Lass mal sehen. 3300, 3400 knapp. Nimmt man doch gern mit. 22. Anst��로 mit Schwindlern. Einmal mit Schwindlern. Denk escal. Es braucht keinen frei. Wenns. Wenns. Jawoll. Das ist richtig. Soll es euch. Einmal mit Schwindlern. Einmal mit Schwindlern. Einmal mit Schwindlern. Wohin. Wir sein. Einmal mit Schwindlern. Es ist echt leer. Alles. Das ist richtig. Es ist schon sicher. Es ist schön. Es ist einfach so nett. »